Moment, Maske wieder abnehmen vielleicht? Sollte hier wieder alles okay sein. Da will ich gar nicht hin. Zu viele Augen, die mich sehen. Können können. Das Ignorium war auch alles gekonnt. Wir gehen hier rauf. Ich warte mal ein bisschen. So, die bewegen sich sehr gut. Ich will nämlich rüberklettern. Aber nicht die Typen da entdecken, ja? Das wäre mir ganz lieb. Geh aus. Danke. Boah, was pfeifen die für ein Mist? Und so unmelodiös und alles. Ach, hallo. Warte, hier mach ich fertig. Bam. Hast du die falsche Ecke ausgelöst, so rumstehen? Idiot. Ich meine, auch hier könnte ich eigentlich alle fertig machen. Ich meine, ich habe da Talent dazu. Und die Fähigkeiten. Aber ich will ja nicht. Zack. Was? Oh nein. Komme ich hier rauf? Ja, aber... Entschuldige, was bringen? Ah, okay. Sehr schön. Safe, safe, safe. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Also jetzt haben wir den Beweis auf jeden Fall dafür, dass man für jeden Safe den speziellen Schlüssel braucht, der aber mit jedem ex-beliebigen roten Schlüssel von vorher hier langlaufen kann. Das heißt, hier wird noch irgendwo eine roter Schlüssel rumliegen. Aber andererseits... So geil bin ich da jetzt nicht drauf, denn wir haben ja mehr als genug. Insofern... Pfff... Wir haben einfach keine Notwendigkeit für ein Safe. Wäre natürlich irgendwie trotzdem schön. Ach, du guckst doch mal weg, ja? Ich habe dich extra von oben gerade verschont. Ich hätte dich voll abknallen können oder sonst was. Habe es aber nicht gemacht. Geh weg jetzt! Macht ja nicht. Ach, die Klappe! Du nervst! Habe ich von da drüben dann gesprungenen Typen unachtsam, unauffallsam, un... Das habe ich mir nicht bemerkt, jedenfalls. Ich fürchte nämlich nicht. Da lang ist auch nicht drin. Ich versuch's einfach mal. Ja doch, es geht! Geil! Sehr schön! Und weg mit dir! Katsching! Doppelfaust! Yeah! Und die stehen auch so schön abseits von... Ach, da ist der Schlüssel! So schön abseits hier von allem. Jetzt will ich ihn aber schon haben, den Schlüssel. Irgendwie. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh! Hallo! Weg! Mist, verdammter! Man, ich wollte aber die Schlüssel haben! Kierschlund! Ich bin so ein Kierschlund! Aua! 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 Oh, ää! Ich seh mich gar nicht. Ich bin hier in Sicherheit. Ich seh mich aber trotzdem. Man, wo ich hätte das anders machen müssen, die Schlüssel. Hallo, ich will da jetzt drauf. Wo ist er jetzt der Trisor schon wieder da? Zack! Öffne dich! Komm schon! Ich muss hier weg! Die Tür drückt, ich muss wieder aufgegangen. Ahahaha! Ahahaha! Na, ich... Mir weg nicht! Hallo, ich häng' fest! So! Oh, viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele! Ich bin weg! Nein, ich bin weg! Oh, fuck! Leise, 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 leise! Nein! Da spielte er erst mal auf der Mutter, äh, Ziehharmonika! Gibt's doch nicht! So! Wieder erfolgreich hinter mir gelassen! Meine Güte! Die müssen gleich von der Wache zurückkommen! Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja! Ganz schön gruselig! Ja! Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum, aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren! Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig! In wenigen Wochen haben die verdammten Bister wieder alles mit dem Zeug bedeckt! Verdammt, die sind schon eine Plage! Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das aus dem Kopf! Und was, wenn wir schnell nach Venetik müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hansen nehmen? Mhm! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Schleich mich vorbei! Äh, K-L-U-Schleich! So, auch hier schleich ich mich vorbei, komme ich hier rein? So ähnlich! Zack! Achso, weil ich schon wieder sichtbar war! Ich glaube, die beiden muss ich verschonen, ist das eigentlich bringe ich sie um! Das will ich aber nicht! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Tür geht auf! Nicht gut! Nicht gut! Oh nein! Äh! Ihh! Ich hoffe, das geht hier! Hilfe! Upsi! Geh weg! Geh weg! Lass mich! Lass mich! Fettsack! 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 Ich will was klauen! Ich will was klauen! Wann ist, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse? Okay! Ptschoo! 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 Wenn du zu viel sagst, schieben sie es dir in die Schuhe! Mhm! Fast das! Okay. Kein Moralpunkt dafür leider. Oh! Warte! wieder keine moral punkt aber andererseits ist auch mir auch schlecht das sollte keine moral punkte geben gut nein da war niemand verdammt gespräche anhören soll ich sehe ein ich belausche euch nie wieder ständen da halter ob sie dreht mal dreht ich glaube ich kann nicht k.o. hauen wegen seiner schweren panser aber eben auch versucht gab es gegen nicht mit dem einen typen mit seiner fanserung deswegen will ich lieber probieren indem ich mich anschleichen nicht nämlich von tausend zugehe doch es geht ja okay ein wieso habe ich gesehen schon wieder mal durch die ganze höhle durch ach ja folgt mich schon nicht vom gehe ich einfach aus bin ich voll sicher warte zack brennen hier brennt aber nichts und wieder weg wo ein tunnel cool und schon wieder eine leiche kommen dann typen weiß man nicht so genau vor allem was hat ihn da an der stelle getötet das ist vielleicht noch die interessantere frage von beiden ist da irgendwie durch hätte was sehen warte warte nein auch nicht schade da hat hier lang trapp 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 schleich 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 krauch da lang oder hier lang nicht ganz doll so woher du weißt was bin ich gerade bei meinen freunden gelandet ich konnte meinen alten bekannten andere den waffenschmied an den orten schicken zumindest wird mela wissen dass ich noch lebe dass ich den auftrag nicht abgeschlossen habe aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin das ist doch der typ aus dem ersten teil oder oder haben wir hier getroffen ich glaube im ersten teil da im ersten du steckst ernsthaft in der klemme ich weiß aber ich kann dir helfen ich habe freunde die haben freunde die alles was du mir sagst dann deine leute vom orten weiterleiten können jetzt musst du also nach hause zur polis zurück ja es gibt keinen direkten weg hier ist alles abgeriegelt aber ich glaube der orten hat in der nähe an der oberfläche eines außenposten die kirche in den sümpfen probiere es dort wenn wir deinen leuten etwas mitteilen können dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir vielleicht vielleicht was mich betrifft ich habe mein leben neu begonnen habe das netz dem ost verlassen die roten haben die station völlig unterwandert suchen nach verrätern und spion und schicken leute in ladern oder erschießen sie einfach alles wegen des bevorstehenden krieges doch flachen die leute flüchten von und aus der ganzen roten linie hast du den gepanzerten zug gesehen also wir haben auch etwas gebaut was dem zeit dass die flüchtlinge uns bringen hier sie dir mal dieses baby ab die jungs aber naja in sie kann man sich nur verlieben findes sie hat beim transport von flüchtlingen gute arbeit geleistet aber teufel auch man kann nicht jeden retten also nimm sie ich könnte nicht jetzt ganz im ernst wurde hier ganz alleine hier ist nirgendwo klappe ist nirgendwo ein anderer zugang hier ist nur eine kleine werkstatt offensichtlich hier ist ein bettchen hier ist barium hier ist dies und ich nehme mal an hier drin hat er uns gerade gefunden oder wart und dann hier sollte ausgang da wo wir jetzt hin sollen der wurde extrem abgeschnitten von allem das ist ja merkwürdig ob das so realistisch ist ich meine nicht dass hier groß irgendwie was realistisch wir dem spiel aber abgesehen davon darf ich die kunde lehrlauf es geht wir basteln noch an ihr daher ist die steuerung nicht viel zu hell was ich sollte und was ich nicht sollte ist egal hast du nicht zu beurteilen ich habe so lange keine aufnahme mehr gemacht die paar minuten die ich hier rumsitze ob mir alles angucken und dumm krumm quatsche man das auch nicht mehr fett so los geht's nicht licht 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 auch hier das licht mal an schneller fahren hier das schon sagt sowas wie ich war nicht so schnell aber mein bus viel glück was jetzt werde von allein nicht gucken will ich denn aussteigen naja wird sich angeboten wird ne hey jetzt bin ich erstaunliche zwei meter gefahren ich möchte zurück ich bin mal gucken ob wir auch zurückkommen oder alles zugemacht wurde jetzt was ich ja mal annehme ja der scheint sich aber echt recht sicher zu haben ich bin klar wenn wir ja kommt der russen artillerie oder so hat er auch eine arschkarte oder wenn sich einer von der anderen seite anschleicht mit der granate der reinschmeist durch den stadt gekommen bin wäre auch ziemlich mies dran aber abgesehen davon scheint es doch die ganze gute zum leben zu sein warum speichert er dann gerade ich habe nur reibung bekommen für was nicht an normalerweise mal eher aus aber hier mache ich voll die ausnahme voll die komischen geräusche hier und wieder aus und wieder an ach ja ich würde ja meine gitarre schnappen und das weiterführen aber blöd wenn dabei nichts passiert hier am bildschirm deswegen dass ich es mal sein ich glaube hier hat auch mal kurz einer gewohnt wird er was ist bestimmt sein alpha stützpunkt hier aber irgendwas wollte ich gerade sagen zu dem ding ist da oben hab's vergessen genau ich glaube wir haben tatsächlich ein tagebuch eintrag nicht gefunden eben gerade fiel mir dazu auf wir haben jetzt schon ein neues kapitel quasi angefangen aber wir hatten ja noch ein offenes tagebuch das heißt wir haben wohl ein zeitlich übersehen das wäre das erste in diesem spiel was übersehen das nicht umso mehr ärgert keiner will spinnen monster hier haben bleibt wohl ihr seid licht ist auch an und daran die diese weg brennen hier komme ich da rein speichere schon wieder nein 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 was soll das denn anlassen gibt es hier weiter oder gibt es hier im bonus irgendwas man zwei schuss das feier einfach Bis zum nächsten Mal.